hallo und damit willkommen zurück zu einer neuen folge von the council ja wir starten jetzt mit der fünften episode ins kapitel 14 ich weiß mal nicht wie ich das nennen soll die finale abstimmung und wie ihr seht es sind jetzt nur noch drei dann sind wir hier durch ich bin echt gespannt wie das hier für uns ausgehen wird das geht's ne machen wir mal weiter dann müssen wir bestimmt noch unser buch unsere bücher aussuchen aber wir haben gar keine bücher gefunden ich bin ja ziemlich durchgerast jetzt in dem letzten kapitel habe ich nicht wirklich auf neue sachen geachtet ich glaube wir haben gar nichts gefunden was wir jetzt auswählen können falls wir das überhaupt jetzt noch machen können von now on whenever a human speaks to you you will be able to read their current thoughts you take care of getting the lance it's imperative i'll take care of preparing our departure she she has to pay for all the harm she's done to me meanwhile let us remain on our guard against any last minute surprises i know my brother well never prepares for war if he has no chance of winning finding out that i'm a demon makes no difference i haven't come all this way just to fail so close to the goal if i'm asking you all these things it's for your own good you know you are keeping up the good work i see but i'm telling you keep your guard up everyone is rather on edge right now don't make me your competition do you say you are no match trust yourself it's all already in there okay oh nein es geht gleich los hier mortimers büro 24 januar 17 93 episode 5 checkmate dear friends i'd like to thank you for your continued trust and confidence i admit that during these past few days there has been much of evil i understand you have all been affected by this nevertheless the world doesn't stop turning and we are in fact on the verge of reshaping the modern world that is what we are all here for my lord thank you for your enthusiasm mr bonaparte now you all know what we have to do i cannot warn you strongly enough if one of sir gregory's guests asked to speak with you remain on your guard it is highly likely that he will try to rally as many supporters to his cause as he can don't worry william we are all here to support your project through to its conclusion thank you george now please go and get some rest before the conference begins which won't be long now okay stay with me a moment won't you i'll be having your services in a certain matter yes of course what's the matter louis you are the only one here who i totally trust it is very likely that gregory will take possession of some of the members of our team i shall keep them in check over the next few hours however i'll need you to how can i say this to persuade the members of gregory's group what do you mean by that exactly you'll have free reign my son persuade all of them use every possible means imaginable but no physical violence let's be very very clear about that you must bring them all over to our side one after the other and what if i fail i have faith in you my son great faith that notwithstanding should any of them resist oh bis jetzt bin ich ja sehr gut darin Sachen zu vergeiden what to do afterwards now go and come back and see me once you've finished i'll be off then so aus Erfahrung was wir so bis jetzt gemacht haben bitteschön ja würde ich da sehr sehr schlecht laufen mit ähm mit bei einigen Sachen und hier guck mal wie viel mir noch fehlt wir können jetzt leider nichts auswählen weil wie ich wie gesagt in dem letzten Kapitel überhaupt gar nichts gefunden habe richtig mal umgesehen hab ach da bleibt uns nichts anzübricht außer mal das Kapitel zu Beginn und äh ja wir legen hier noch nicht mit der Konferenz los wir müssen erstmal alle Leute hier von äh Sir Gregory überreden wer steht der da hinten ach das ist Dina, wa? warum steht der hier? sehr komisch ok dann heißt es ich muss mich nochmal umgucken und dass wir hier was finden soll ich nochmal mit Morty mal quatschen geht das? ok ich schau mal nochmal kurz mich hier oben um zu sehen ob ich hier vielleicht noch was finden kann so ne und dann gehen wir zu den anderen also wir haben Giuseppe Piaggi den wir überzeugen müssen hier steht doch was genau das haben wir voll besser ich hoffe es ist alles leer aber das haben wir voll ähm Johan von Wöllner natürlich schwer werden Manuel Ugdoi der ist jetzt auch nicht der einfachste Gesprächspartner und immer noch das wo ich nicht weiß welchen Code ich da eigentlich nehmen soll ne das war die Kiste mit diesem Code auch hier nichts schauen wir mal wem wir hier zuerst begegnen na ach da komm ich natürlich nicht durch ich hoffe ihr hört das nicht ne und so ist hier immer so ein Knarzen im Hintergrund bei mir zu hören weil unser PC da ist irgendwie der eine Lüfter von ich weiß gar nicht von der Grafikkarte oder ein gemeiner Lüfter keine Ahnung irgendwie läuft der nicht mehr so rund und das schnarrt manchmal so seltsam so jetzt sind wir noch wo jetzt wo ich keins mehr anklicken kann dieses Kapitel so machen wir jetzt gehen wir hier einfach die Runde oder oder was? wir gehen hier einfach mal eine Runde und gucken in die Zimmer rein so wen haben wir hier? Johann von Wölner wollen wir gleich mit dem Schwester anfangen falls er da ist ich muss vorher nochmal kurz gucken damit ich es hier nicht wieder vergeige Wölner Ablenkung Okkultismus Schwäche Ablenkung Okkultismus nicht Ablenkung Ablenkung ich kann mir das doch gar nicht merken Schwäche Ablenkung ich muss mir eigentlich nur das merken ich habe echt einen Kopf wie ein Sieb ne ich versuche mal was zu ich versuche mal was zu ich sehe gar nicht aus als ob er hier wäre ne wie gesagt ich habe echt ein schlichtes Gedächtnis das ist echt furchtbar bei mir so Ablenkung muss man das immer ganz oft sagen wenn man das nicht so oh da steht ein Honig das ist doch ein Honig warum nehmen wir den nicht wir können ihn nicht nehmen aber das ist doch eindeutig ein Honig ach wie schade ach man oh ist das ein Hammer sag mal so das kennen wir doch schon das hatten wir doch alles schon so guck mal ja kann man das auch na na jetzt auch im Boot keine Ahnung ich weiß es nicht ein bisschen einsetzen ich machs mal auch wenn wir jetzt übelst viel verschwenden oder ne ich machs nicht da verschwenden wir doch zu viel für dafür dass ich keinen Honig besitze ist das blöd also nur ein einzigen und das ne ne das will ich nicht riskieren so ansonsten ist hier alles was hier blinkt das haben wir alles bis jetzt schon gesehen es ist nichts Neues mehr und von Wörner ist hier einfach nicht gut dann müssen wir halt wieder raus und dann schauen wir weiter gut welcher Raum kommt hier gar kein Raum so mal kurz was ist das hier Washington brauchen wir nicht Washington ist hier bereits auf unserer Seite ja alles klar schauen wir noch mal ich glaube dass der auch nicht hier sein wird hallo ich drücke Piagi wo haben wir die denn oh Gott jetzt so viele Immunitäten Schwäche Befragung Befragung alles anderes brauchen wir nicht nehmen so seht ihr und jetzt habe ich vergessen was für ein Wörner Schwäche aber auch Ablenkung ist Ablenkung bin mir nicht mehr sicher so Befragung das musst du merken und da ist er okay du kommst und in meinem Raum in meinem Raum ein paar Stunden ein paar Stunden hat er oh nein ich bin ich bin ich bin mit dem ich habe habe es dann es so wir das das ist ich nicht das war schon mal total verkackt aber ich kann auch nicht unter Druck wenn die so Zeit abläuft der Walden macht das nicht schön aber ich kann auch nicht unter Druck aber ich kann auch nicht unter Druck nur mal wenn die so Zeit abläuft der Walden du machst das nicht schön schmerzen Na toll gut das wird das fängt ja schon mal gut an und ich denke es wird genau auch so weiter gehen weil ich selbst schon vorausgesagt habe dass ich einfach verkacken werde sorry ich kann es nicht einfach sagen ich führe meine Linie hier weiter fort in Sachen vergeigen ach nö jetzt bin ich wieder falsch umgelaufen wollt ihr mich schon veräppeln Mann, 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 echt das ist die Orientierung hier so aus dem Zimmer sind wir jetzt gekommen, wa? ja so das ist unser Zimmer ich könnte da jetzt gucken ob da noch ein paar Sachen stehen vielleicht ja das mache ich jetzt einfach mal oh voll vergeigt toll beim ersten das macht mir echt jetzt das ist wieder keine Hoffnung dass wir hier vielleicht noch was reißen können so ist hier irgendwo was wieder nein noch ein bisschen Zeugs das sind nur Bücher, ne? was ist hier los? komm das knacke ich jetzt mal voll delixier Inventable ja vielen Dank auch dafür ist hier ja wieder voll gelohnt hier gibt es zu wenig zu wenig Honig immer dieses gold delixier ne mehr sehe ich nicht ok weiter gehts dann bitte wieder in die richtige Richtung laufen ach jetzt gehen wir in Emilys Raum also Lady Hillsborough wer auch immer uns da erwarten wird ach nee hier ist auch noch eins gedoe dann machen wir jetzt mal mit gedoe weiter falls der da ist, ne? das wissen wir ja immer nicht Okkultismus ist eine Schwäche aber wenn mir das nicht bringen wird weiß ich ich habe einfach keine großen Hoffnung dass ich das hier schaffen werde oh man Okkultismus war es jetzt, ne? da ist er das war ja jetzt schon so selten das haben wir ja im letzten Mal schon gemacht, ne? ja nett, danke Okay, den haben wir beim letzten Mal schon überzeugt, sich auf unsere Seite zu schlagen. Ich muss mich gerade mal hier orientieren. So, hier will ich kurz nochmal einen Blick durch die Runde schmeißen. Da liegt ein Prim. Das war das Bild. Hier ist hier ist einfach nichts. Nein, okay. Okay, weiter im Text. Von Wilna und Lady Hillsborough. Ich werde wieder in die falsche Richtung rennen. Gut, so rum. So, Lady Hillsborough. Ich weiß ja nicht welche. Emma liebt Psychologie. Emma, alles noch unbekannt. Na wunderbar. Oh, es hat gerade geruckelt, genau an dem Moment, wo ich gerade zur Tür bin. Oh, weia, das sah komisch aus. Müssen wir jetzt hier beide? Ich hab keine Ahnung. Also mit den Zwillingen, das fühle ich echt echt gut. Oh, es ist ja auch. Okay. Mehr können wir jetzt da nicht tun. So, und wo finden wir jetzt von Willner? Der ist bestimmt irgendwo unten, oder der kann jetzt nicht hier irgendwo sein. Wir gehen mal runter, wir gucken mal unten nach. Von Willner. Ich habe es vergessen. Ich muss leider noch mal gucken. Ablenkung. Wir gucken mal im Speisezimmer zuerst. Ablenkung ist eine Schwäche. Oh nein, das ist natürlich nicht gut. Der Scoundrel wastes no time. Louis, was are you doing here? I promised you I would take care of Mr. von Willner. Everything's under control, don't worry. Let me speak to him. Now, now. Now, I told you, I will take care of Johann personally. Believe me, even though it pains me, he will pay the price. Now we're waiting for Duke Manuel, so would you leave us, please? Very well, but you'd better keep your word, sir. That is certainly my intention. They're waiting for Duke Manuel. I'm doubt to make him change sides. All right. If they want him, then they'll get him. Was soll ich jetzt tun? Fragezeichen? Land von Willner können wir ja nicht überzeugen. Wir dürfen nicht mit ihm sprechen. Ich gehe jetzt mal zum Motimo. Ich frage erst mal Bescheid, dass wir da verkackt haben. Mit dem Piagy und dass da was mit dem immer nicht stimmt. Also ich hoffe, das ist jetzt das, was wir tun sollen, weil ich gerade keine Ahnung habe oder ein bisschen verrückt bin, dass oben rechts das nicht weggeht und da nicht was Neues kommt. Ja, schaut mal nachher. Ansonsten haben wir auch gar nicht mehr so viel Zeit, sonst wird die Folge auch wieder zu lang. Es ist ja hier mal so gefährlich, wenn man nicht weiß, wenn Dialoge kommen, wie lang die wieder sind. Weil die ziehen sich doch ganz schön in die Länge. Die meisten Dialoge. So, Mortimer. Du steckst dich, du stehst drauf im Kiebchen und gutachtest deinen Toten. Oder wie? Na, super toll. Na, das ist ja super toll. Was soll ich jetzt tun? Dann würde ich vorschlagen, renne ich nochmal zu Bedäuel, oder was? War das jetzt der Hinweis? Den wir jetzt jetzt bekommen haben? Oder wie? Wo waren wir nochmal gut durchs Zimmer? Als ob ich mir sowas merken würde. Okay, rechts laufen wir am besten rum. Sollte die kürzeste Strecke sein. War das jetzt vor unserem Zimmer noch? Ja, das müsste jetzt hier sein. Wenn ihr Godoy haben wollt, könnt ihr ihn haben, hat er gesagt. Was hat das für eine Ludwig? Der sagt... Ah, na klar. Wir gehen jetzt in Godoy's Körper, ne? Natürlich, bin ich du. Aber müsst ihr das Hohlen nicht merken? Müsste das der Hohlen nicht merken? Ehrlich gesagt, wenn wir da jetzt in seinem Körper drin sind? Also nicht in seinem, sondern in dem von Godoy. Es ist alles ein bisschen kuffus für mich. So, müssen wir jetzt da wieder hinlaufen, oder sind wir? Wir sind schon da. Okay, Frage beantwortet. Gut. Aber Vater, nein. You don't know, William. If Louis dies before you get off the island, you won't be leaving alive. So you better pray that he recovers. But you're going to... Just shut up for once. You're going to leave the island immediately. There's no other choice. I couldn't have known. If I had even guessed. It's too late. Make haste. Don't say goodbye to anyone. You will probably never see them again anyway. I'll apologize to them on your behalf. So? So I have to go? I'll meet you in Berlin. Hurry now. Are you leaving, sir? Yes. Well, I find myself... Johan! Ah! Duke Manuel. Sir Gregory. Thank you for agreeing to this meeting. I wanted to make it clear that I am particularly disappointed by your change of sides. And to let you know that from now on, you have definitively lost my support. Come now, sir. There is no point... No point in continuing with this discussion. I entirely agree. You are wasting my time. Good luck for the future. From now on, you're on your own. Oh, dear. I do believe I just ruined Godoy's political career. Okay, aber ganz ehrlich, das war jetzt echt unnötig, dass wir jetzt in Godoy's Körper rein sind, um uns anzusehen. Das von Wollner von der Insel geschickt wird. Aber okay. Ich sag mal nichts weiter dazu. Also, dass es unnötig war. Okay, jetzt müssen wir dann doch wieder den Weg zu... Ach, Mordi mal gehen. Wahrscheinlich sind wir auch schon da, oder? Stimmt. Jawohl, wir sind da auf jeden Fall. Das ist vielleicht schon im Sound. Oder auch nicht. Gut. Ich höre es nicht am Sound. Ich hätte es gedacht, es klang so anders. Ach, na gut. Ich werde doch wieder von selbst dahin rennen. Sport hin, ja, wir sport hin. Ich habe noch mal einen Blick auf die Uhr geworfen und ich denke, ich werde es auch wieder bei dieser Folge jetzt belassen, auch wenn nicht so ganz viel passiert ist. Aber wie gesagt, durch diese langen Dialoge ist mir das jetzt zu riskant, jetzt hier weiterzumachen. Deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Ich freue mich auf die Kommentare und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Abschied. Und wenn ich mir da bin, dann können wir es hier drauflegen.